Heute animieren wir den Hintergrund von Text. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute geht es darum, wie wir mit CSS und ein bisschen JavaScript Clipping Text, also Text, das ein Bild clippt, animieren. Was heißt, wir wollen diesen Hintergrund ein bisschen bewegen, je nachdem wie wir unsere Maus bewegen. Das Ganze ist, finde ich, ein ziemlich cooler Effekt für sehr prägnant, sehr kräftige Überschriften. Und ja, damit legen wir direkt los. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung, ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr einfach den Community-Server joinen und eure Fragen stellen, andere Fragen beantworten oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es, wie gesagt, um Text bzw. um Text-Clip-Masken. Das Ganze habe ich schon einmal in einem Video gemacht, das ist schon Jahre her, das Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ihr müsst das eigentlich gar nicht angucken, weil alles, was ich dort erzähle, erzähle ich heute mehr oder weniger nochmal. Allerdings verbessern wir das Ganze ein bisschen. Und zwar das Erste, was machen wir heute? Ihr seht hier ein bisschen Text mit einem Hintergrundbild. Das Ganze ist nicht besonders schwer, ist einfach nur eine Clip-Maske. Aber wenn wir mit der Maus uns bewegen, dann bewegt sich das Bild im Hintergrund mit, je nachdem, wo wir gerade unsere Maus hinbewegen. Das Ganze ist ziemlich cool, finde ich. Ein netter kleiner Effekt, einfach so ein Eye-Catcher für eine Überschrift oder so wie hier so eine große Seite, wo einfach nichts drauf ist. Wie gesagt, das Ganze relativ simpel. Aber wie ist das Ganze aufgebaut? Grundsätzlich als erstes habe ich hier meine Standard-Entwicklungsumgebung, dieses unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben hier natürlich wie immer eine Index-HTML, eine Function-JS und eine SAS-Datei. Hier steht schon ein bisschen was drin, genauso wie in der Index, das erkläre ich gleich. Grundsätzlich, wie gesagt, jeder, der neu auf diesem Channel ist und in der Videobeschreibung ist, erklärt, was sich alles hier hinter verbirgt. Das einfach angucken, falls ihr da Fragen habt. Ansonsten, ja, was haben wir in unserer Index-HTML? Nicht sonderlich viel. Hier haben wir einmal eine Style, beziehungsweise eine style.min.css. Das ist einfach unsere kompilierte SAS-Datei. Hier haben wir eine Font verbunden, einfach von Google Font. Das ist die Roboto. Und hier haben wir einen Div-Container mit der ID Wrapper und eine H1-Überschrift mit der ID Text mit einem Lorem Y drin. Mehr nicht. Und hier unten haben wir unsere global.min.js verlinkt. Was heißt, das ist einfach nur eine kleine Index-HTML, nicht sonderlich aufregend und deswegen machen wir hier auch nicht wirklich mehr. Das nächste, was wir haben, ist hier in der Seite, haben wir schon in unserer Main-SAS einige Dateien, beziehungsweise einige Sachen hinterlegt. Einmal haben wir hier unsere beiden Standard-Farben. Das Orange benutzen wir gar nicht. Aber das ist halt einfach bis hierhin mein Standard-Setup, was ich in jedem Video nutze. Das ist alles relativ egal. Das sagt nur dafür, dass hier zum Beispiel Marginal Padding richtig ist, dass der Hintergrund meine CI-Farbe hat, dieses dunkelblau, was hier ist, und dass wir von Size auf 10 Pixel definieren, weil wir später mit RAM arbeiten. Ansonsten haben wir hier einfach nur unseren Wrapper, den wir in unserem Index hier ja definiert haben. Haben wir Flags gegeben, also Display Flags mit Column. Das heißt, wir wollen, dass das alles schön untereinander steht, alles, was da drin ist. Das heißt, wir wollen, dass das Ganze mittig ausgerichtet ist und wir wollen, dass der 100 Prozent ist. Also 100 in der Höhe, 100 in der Weite. Außerdem wollen wir, dass, wenn man mit der Maus drüber geht, das Ganze so ein Pointer ist. Das können wir eigentlich wegmachen und schreiben hier einfach, ja, das können wir eigentlich komplett rausnehmen. Das brauchen wir gar nicht. So, das heißt, jetzt haben wir hier normale Maus. Aber es sieht noch nicht so aus wie in unserem Beispiel. Hier seht ihr, wenn ich meine Maus bewege, bewegt sich hier der Text mit. Das heißt, als erstes müssen wir unsere Heinz-Überschrift ein bisschen stylen und das ist nicht wirklich schwer. Das heißt, ups, das war der Fehler. Wir sagen Heinz und das erste, was wir machen, ist, wir sagen Font Family. Und hier habe ich schon vorbereitet, nehmen wir Roboto. Das heißt, das copy-paste ich mir einfach mal hier rein. Das nächste, was wir machen, ist Font White. Was heißt, wie dick ist die Font? In diesem Fall sagen wir 900. Das soll so eine richtig fette Font sein. Das wirkt einfach viel besser, wenn man hier so eine dicke Schrift hat. Dann sieht man das vom Hintergrundbild, sonst geht das ein bisschen unter. Das heißt, ich würde diesen Effekt nicht mit irgendwie einer Latos-Syn oder so verwenden. Das funktioniert erfahrungsgemäß nicht so gut. Das nächste ist die Size. Da sagen wir einfach 10 Rem. Wir sollen, dass die schön kräftig ist. Aber da könnt ihr natürlich die Größe frei ausbestimmen. Außerdem bin ich persönlich ein Fan davon, wenn bei Schriften, die sehr groß sind, sehr prägnant sind, der Abstand der Linie ein bisschen geringer ist. Weil dann wirkt das mehr wie ein Objekt und nicht wie unterschiedliche Objekte. Aber das ist persönlicher Geschmack. Das machen wir mit Line High. Das nächste ist Text Align. Sagen wir, das Ganze soll sich nach links ausrichten. Dann wollen wir, dass das alles einfach ein bisschen prägnanter ist. Deswegen sagen wir Text Transform und hier sagen wir Uppercase. Das heißt, wir wollen, dass das alles in Großbuchstaben geschrieben ist. Das nächste, was wir machen, ist, das kopiere ich mir einmal rein, ist, wir sagen, wir wollen ein Background-Image. Wenn ich das Ganze jetzt reinkopiere, hier habe ich ein Bild. Das habe ich einfach auf meinem CodePen-Account hochgeladen. Die Live-Demo wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn man das Ganze hier jetzt speichert, haben wir hier schon mal unser Hintergrundbild mit der Schrift in schwarz. Und das funktioniert schon alles ganz gut. Allerdings wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr machen. Und zwar müssen wir als erstes sagen Background-Attachment. Und hier sagen wir, nicht Attachment, Size. Und hier sagen wir einfach Cover. Das nächste, was wir machen, ist Background-Repeat. Wo ist es? Und hier sagen wir No-Repeat, weil wir wollen einfach No-Repeat. Wir wollen nicht, dass er sich wiederholt. Dann müssen wir natürlich noch die Position vergeben. In diesem Fall sage ich einfach, wo das sich standardmäßig positionieren soll. Wobei das eigentlich egal ist, weil wir das später eh überschreiben. Das heißt, es könnte hier theoretisch auch einfach weglassen. Wir lassen es jetzt einfach mal weg. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Part. Und da sagen wir WebKit und dann Background-Clip-Text. Das ist ganz wichtig, weil das ist ein Befehl. Der funktioniert jetzt nur in Chrome. Wenn ihr das für Mozilla und so weiter, dann müsst ihr halt MOZ und so weiter eingeben. Nicht nur WebKit. Aber das machen die meisten Task-Runner beispielsweise meine Entwicklungsumgebung auch automatisch. Wenn wir das Ganze jetzt eingeben und abspeichern, dann passiert erstmal nicht sonderlich viel. Ihr seht, dass das jetzt so ein ganz, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennt, so einen ganz sanften Schein hier außen um zu hat. Weil unser Text klippt jetzt im Prinzip das Hintergrundbild weg. Allerdings wollen wir, dass man das Hintergrundbild sieht und nicht mehr den Text. Und deswegen sagen wir, das Text Fill Color ist transparent. Also durchsichtig einfach transparent. Und wenn wir das machen, dann haben wir hier unser Bild als Hintergrund. Das ist der einfache Part. Das haben wir in dem anderen Video genau so schon gemacht. Wer dazu ein paar mehr Informationen haben will, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Aber wir wollen, dass sich das jetzt bewegt. Was heißt, hier, wenn wir unsere Maus bewegen, bewegt sich das mit. Das bewegt sich hier noch nicht und das können wir auch nicht mit CSS machen. Was heißt, jeder, der gehofft hat, dass das Ganze nur mit CSS ist, leider nicht. Sondern wir brauchen noch ein bisschen JavaScript. Aber wir brauchen nicht sonderlich viel. Das Erste, was wir machen, ist, wir legen eine Variable fest und diese hat einfach einen Wert, nämlich 10. Das ist der Speed. Was heißt, das soll später festlegen, wie schnell sich das Ganze hier bewegt, beziehungsweise wie viel sich das Ganze bewegt. Das ist ganz praktisch. Wenn man das einfach festlegt, so kann man das später einfacher verwalten. Das nächste ist, wir brauchen eine Funktion. Und ich nenne diese MoveBackground. Und das Ganze ist eine ganz normale Funktion ohne irgendwelche Schnickschnack. Und hier haben wir jetzt eine Variable und zwar MausX Position. Und diese machen wir ganz einfach. Zack. Und zwar berechnen wir hier mit einem Event. Event.x. Holen wir uns jetzt die Position der Maus auf der x-Achse und teilen das Ganze durch Window. Und dann in der With. Und haben jetzt mehr oder weniger unsere Prozent. Also dieser Wert im Prinzip bespricht jetzt der x-Achse der Maus in Prozent. Was heißt, damit können wir ja später ganz normal unseren Wert abrufen. Das werde ich gleich zeigen, was man damit machen kann. Das nächste ist, wir duplizieren das einfach und ändern im Prinzip hier einfach nur die Variable zu y und hier auch zu y. Und sagen nicht inner Width, sondern inner Height. Das Ganze habe ich jetzt einfach mal fertig. Und wir machen jetzt einfach mal Console.log und geben uns diesen Wert einfach mal aus. Und das Ganze Konsole. Was heißt, hier passiert noch nichts? Ja, wir haben ja auch diese Funktion noch gar nicht aufgerufen. Das war natürlich selten dämlich von mir. Das heißt, wir brauchen Document, GetElementById. Dann haben wir hier unseren Wrapper, den, wer über die ganze Seite geht, der hat ja 100% Width und Height. Was heißt, wir sagen AdventListener hinzufügen und sagen hier MausMove. Was heißt, immer wenn sich die Maus bewegt, soll eine Funktion ausgeführt werden, in unserem Fall Background. Das heißt, immer wenn unsere Maus sich bewegt, OnMouseMove mehr oder weniger, soll die Funktion MoveBackground ausgeführt werden. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab und bewege hier meine Maus. Und ihr seht, hier kriegen wir immer schön einen Wert. Hier unten bin ich bei 32. Wenn ich ganz rübergehe, bin ich bei 0. Das heißt, hier ist ja auch, ich bin 0% der Weite mehr oder weniger. Und wenn ich hier bin, bin ich bei 100% der Weite. Das heißt, das funktioniert wunderbar. Aber wie können wir jetzt unser Bild im Hintergrund hier mit diesen Werten beeinflussen? Und dazu brauchen wir noch einmal einen EventListener, beziehungsweise keinen EventListener, sondern wir suchen uns einfach per Document.getElementById. Suchen wir uns jetzt unseren Text, weil wir haben ja hier einmal die ID Wrapper und einmal die ID Text, die zu unserer H1 gehört. Was heißt, die H1 wollen wir jetzt ansprechen und das machen wir mit dieser Zeile Code und sagen jetzt Punkt und sagen Style Punkt und dann Background ohne dieses Häkchen, Background Position. Und jetzt können wir hier etwas anfügen. Und jetzt ist ganz wichtig, wir brauchen diese, das hatten mich einige Leute in den Videos der letzten Zeit immer wieder angemerkt, dass das hier gar nicht diese ganz normalen Anführungszeichen sind, sondern das sind so andere Anführungszeichen. Und das hat den Grund, weil wir in diesen Anführungszeichen leichter mit JavaScript und Text arbeiten können. Was heißt, wie ihr seht, kann ich jetzt hier einfach so ein Dollarzeichen, Klammer auf, Klammer zu machen und ich kann jetzt hier, ohne im Prinzip irgendwelche Pluszeichen zu verwenden, einfach JavaScript hinzufügen. Und das ist genau das, was wir machen wollen, weil wir wollen später hier ja Prozent anwenden. Was heißt, wir haben eine Background Position. Background Position besteht aus Prozent auf der Y-Achse und Prozent auf der X-Achse. Was heißt, wir brauchen hier zweimal so einen Wert. Den füge ich jetzt hier unten ein und sage hier statt XY. Und wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und ich mich hier bewege, dann kann sich das Ganze auch schon mitbewegen. Das heißt, ihr seht, das tut schon mal was. Allerdings funktioniert es noch nicht so richtig gut. Was heißt, wir haben hier, glaube ich, noch einen kleinen Fehler und zwar habe ich hier Size drin. Das müssen wir mal eben rausnehmen. Ich glaube, das ist nämlich falsch. Ja, jetzt funktioniert es richtig. Und zwar ist es jetzt sehr schnell. Was heißt, wenn ich mich jetzt bewege, bewegt sich das Bild mehr oder weniger 100 Prozent. Und das ist, finde ich persönlich, ein bisschen zu krass. Krass. Also das kann man natürlich, wenn man das mag, einfach lassen. Ich persönlich finde es, wie gesagt, nicht so schön. Und deswegen teile ich jetzt hier einfach diesen Prozentwert durch unseren Speed. Was heißt, ich sage einfach durch Speed. Und je nachdem, wie ich das jetzt beeinflusse, jetzt ist es sehr langsam. Ich kann das beispielsweise mit 20 auch noch langsamer machen. Dann bewegt sich das kaum noch. Gleichzeitig kann ich auch sagen 2 beispielsweise. Und dann bewegt sich das Ganze wieder deutlich schneller. Aber persönlich finde ich 10 ist so ein netter Mittelpunkt. Und wie ihr seht, funktioniert es jetzt. Wir haben jetzt Text hinzugefügt. Ihr könnt diesen Text, der hier drin steht, beliebig vereinflussen. Wir können hier auch irgendwas reinschreiben. Und es wird trotzdem funktionieren. Was heißt, das ist auch in WordPress einsetzbar. Das ist mit PHP, mit Angular, mit was auch immer ihr arbeitet im Frontend. Könnt ihr diesen Effekt nutzen. Und ich persönlich finde es ganz nett. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr damit gerne machen würdet. So, das war es für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, einfach auf Twitter oder Discord schreiben. Die Links dazu unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Links zu Discord, zu Amazon Affiliate oder zu Patron. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.